Der beste Weg Menschen zusammenzubringen ist ihnen einen richtig guten Feind zu liefern. Du bist grün. Das stimmt. Irgendwas ergreift Besitz von mir. Und dann passieren schlimme Dinge. Wenn du erst lernst, deine Gefühle zu beherrschen, gibt es keine Grenzen mehr. Bringt sie zu mir. Hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Der Zauberer sollte Angst vor mir haben. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Die Gefühle zu liegen. Ich hab nicht. Keine Angst. Ich hab nicht. Die Gefühle zu leben. Oh je weiß. Wir befinden sie. Vielen Dank.